Hallo liebe Freunde der Fuchsjagd, ich bin Nils von der Lokschmiede und ich möchte euch heute einmal den neuen Lokschmiede Ranzbäller vorstellen. Gerade während der Ranz ist es relativ schwierig den Fuchs zu reizen und ihn mit Klagelauten zum Zustehen zu bewegen und daher machen wir uns die Funktion des Ranzbällers zunutze, weil wir damit das Bellen des Rüden oder den Ranzschrei der Fee nachahmen können und ich will euch einmal zeigen, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass ihr kräftige und kurze Luftstöße in den Locker hineingeht, um den richtigen Ton zu erzeugen, der sich so anhören soll. Ich wünsche euch viel Erfolg und ein kräftiges Weidmannsheil mit dem Lokschmiede Ranzbäller. Weiter geht's.